yo freunde und herzlich willkommen zum nächsten video hier auf fc fabio und heute meine freunde mit dem nächsten fc news video heute denke ich mal wird ein etwas kürzeres video denn heute habe ich nur zwei punkte wo ich mit euch darüber sprechen möchte sind eigentlich dinge die schon ein bisschen länger bekannt sind aber das relativ früh schon den verein ist habe ich mir gedacht kann man das mal wieder in einem video verpacken ja freunde wir starten mit punkt nummer eins und hierbei geht es um mark ut denn es wurde jetzt bekannt dass mark ut wieder einsatzfähig ist dass er jetzt wieder voll ins training einsteigen soll steffen baum hat sagte kürzlich im interview dass man aber noch abwarten muss zwecks belastung also man will ihn noch nicht voll belasten ich weiß der ein oder andere von euch hat gesagt ja der ist jetzt so lange raus der muss doch eigentlich mal wieder aber ich sage dann trotzdem lieber weil eine vorbereitung ist natürlich auch in einer gewissen art und weise schon so das anstrengendste weil man nichts anderes macht außer trainieren gefühlt und laufen und da muss man dann schon ein bisschen gucken bei einem spieler der jetzt schon ein jahr raus ist oder ein jahr raus war so gut wie denn wir haben jetzt gerade mit jan themann auch in der offensive wieder jetzt einen etwas längeren ausfall da muss man gucken dass man nicht noch mal wieder einen ausfall provoziert ich denke dass mark ut sich dann mit luca waldschmidt denke ich mal so um die 10er position kloppen wird und dann hoffen wir mal dass wir da einen guten zweikampf haben und das mag vor allem dann auch fit bleiben weil ich glaube schon dass mark ut dem spiel vom fc da schon einiges geben kann weil er schon mit seinem feinen linken da schon mal den einen oder anderen guten abschluss zum einen aber zum anderen auch immer mal wieder den guten steckpass für den mitspieler bringt weil er auch ein gutes auge für den mitspieler hat und ich denke dass das dem fc auch ein bisschen abgegangen ist in der letzten saison also ohne jetzt hier wieder europa zu träumen oder so aber ich glaube wenn mark ut dabei gewesen wäre und wir diese beiden kurzen negativläufe am ende der hinrunde und die sechs sieglosspiele nicht gehabt hätten und dann noch ut dabei wäre bestimmt ein einstelliger platz sogar drin gewesen deswegen hoffe ich dass diese qualität die jetzt zurückkehrt dem fc dann wieder nachhaltig weiterhilfe was ich aber persönlich auch glaube weil ich schon einiges von mark ut halte ja und denke wir können uns da in jedem verfreuen dass der mann bald wieder dabei ist ja und punkt nummer zwei umfasst eigentlich zwei spieler wir fangen jetzt erst einmal in person von sagis adamian an denn der armenia kann man schon sagen ist eigentlich ein missverständnis bisher auf jeden fall weit hinter den erwartungen zurückgeblieben sowohl von vereins und fan seite als auch wahrscheinlich von ihm selber ich hatte ja schon mal darüber gesprochen bei einem spieler der jetzt 30 ist ich fand es von anfang an unverständlich so einem spieler dann vier jahres vertrag zu geben wenn man jetzt im hinblick auf die ganzen anderen spieler guckt da gibt es dann meistens nur drei jahre vertrag ist auch so ein ding was ich in sachen finanzen nicht so richtig verstehe aber sei mal dahingestellt wenn wir jetzt so person sagis adamian kommen dann muss man sagen hat der fc dadurch was ich ja im letzten video gesagt habe dass zumindest aus meiner sicht das fälschliche zurückziehen von lubicic auf der sechs nimmt dir dann halt auf den flügeln die möglichkeiten du hast halt keins und meiner die natürlich dann denke ich mal in vorderster front spielen keins sehe ich jetzt wieder auf dem flügel weil wir halt dann auf der 10er position walschmidt und markuth haben theoretisch auch noch hussein barsic oder lubicic aber ja um lubicic habe ich glaube ich genug gesprochen ja und dann bleibt ihr halt für den flügel faktisch nur noch adamian und spieler nummer zwei wo wir gleich schon mal zu kommen und es gab ja die spekulation seitens express dass man ihn vielleicht sogar noch abgeben könnte die frage die sich mir allerdings stellt das soll ich jetzt nicht komplett desrespektierlich mein aber wer nimmt den mann denn also der fc wird ja nicht bei einem spieler der jetzt bis 26 vertrag hat den man für eine millionen ablöse geholt hat nicht sagen ja vereinigt y hier kriegt den geschenkt also da will der fc natürlich bestimmt dann schon irgendwie noch ein bisschen was an ablöse sehen und die frage ist wer bezahlt das für einen 30 jährigen der halt in der letzten saison faktisch komplett reingeschissen hat sehr sehr schwierig ähm er kann für mich nur diese variante auf dem flügel sein um das auch noch mal zu ergänzen weil wir ja eigentlich wenn dann mit stoßstürmer spielen also mit flanken kann der man natürlich nichts anfangen ja und als zehner sehe ich ut und walschmidt halt schon wesentlich besser deswegen ähm ja wäre ich eigentlich ein befürworter davon sich noch von adamian zu trennen aber ja glaube irgendwie trotzdem dass das nur ein gerücht bleibt und man adamian in der kommenden saison noch mal eine chance gibt ich bin mal gespannt wie ihr es seht ähm und wenn wir jetzt den zweiten spieler in diesem zweiten punkt betrachten dann geht es natürlich um wen sonst um dimitros limios ja der grieche auch damals für eine millionen ablöse zum fc gekommen zwischenzeitlich an zwente enskede verliehen dort hat er einen super job gemacht kam dann zurück in der letzten saison hieß es er kriegt die faire chance er hatte dann kurzeinsätze ja kann jeder natürlich für sich selber bewerten für mich war das jetzt nicht nachhaltig die faire chance also wenn unter einer fairen chance verstehe ich bisschen was anderes ähm aber ich will jetzt gar nicht da irgendwie auf keller und baumgart oder so rumhacken ähm weil die spieler die sonst auf den positionen gespielt haben die haben es ja gut gemacht deswegen ähm ne jetzt kein böses blut oder so aber es gab halt eben nicht die 100 prozentige chance für limios sich halt zu beweisen und hierbei ist halt jetzt das problem er hat nur bis 24 vertrag also ein jahr und ich würde jetzt einfach mal behaupten aus spielersicht wird er selber den vertrag wahrscheinlich nicht verlängern wollen weil er halt nahezu nicht spielt also ich würde halt als limios schon mit 25 jahren und der hat auch noch ein paar gute jahre vor sich wenn er sich schwer verletzt ähm würde ich schon versuchen zu spielen und das sieht halt beim fc aktuell nicht danach aus ähm man kann auch sowohl auf adamien als auf limios ja beziehen dass der fc ja laut steffen baumart auch noch einen außenspieler sucht deswegen wird es dann für die beiden nicht einfacher ähm also rein vom von der vertragslänge her sieht es natürlich dann eher danach aus dass man limios nochmal versucht jetzt zu geld zu machen weil er nur noch ein jahr vertrag hat auf der anderen seite muss man natürlich sagen falls limios dann doch noch den durchbruch schafft und die chance bekommt hast du halt mit einem spieler der 25 ist dann halt doch nochmal die chance im marktwett zu steigern und mit ihm dann irgendwann nochmal eine millionenablöse zu machen die du halt faktisch für adamian meiner einschätzung nach auf keinen fall mehr sehen wirst deswegen ist es hier so eine vage was dafür spricht den einen abzugeben oder den anderen abzugeben aber ich für meinen teil wird mir natürlich rein aus fußballer sicht fußballerischen sicht wünschen dass wir limios behalten und adamian abgeben weil ich da limios schon stärker einschätze aber ja was der fc da machen wird wir werden sehen ich kann mir natürlich auch vorstellen dass beide bleiben und dann doch kein flügelspieler kommt weil der fc wieder kein geld ausgeben will oder niemanden findet der da reinpassen könnte i don't know ich für meinen teil wird es befürworten wie gesagt wenn adamian geht und limios so eine chance bekommt kann mir aber auch vorstellen dass es umgekehrt ist oder sogar beide bleiben freunde schreibt mir eure meinung rein wen von adamian limios würde dir abgeben würde vielleicht beide sogar behalten habt ihr vielleicht sogar eine idee wie man holen könnte könnt ihr auch sehr gerne unten reinschreiben ja und schreibt mir mal auch rein wie sehr ihr euch auf mark ut freut von der skala von 1 bis 10 bei mir auf jeden fall gefühlt eine 11 ich mag mark ut sehr irgendwie als mensch auch wenn ich ihn natürlich nicht privat kenne aber so wie er sich gibt einfach hoch sympathisch wie ich finde auch ein geiler kicker der uns schon viel geben kann deswegen kann man sich auf vielen fall darauf freuen freundlich freue mich auch auf eure meinungen schreibt sie in die kommentare würde ich wie immer über einen daumen nach oben freuen über ein abo falls ihr neu seid und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video was auch immer ich mache wieder euer fabio ist raus haut da rein und ciao bis zum nächsten video